Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei Dust, hier euer Ding TDFLP am Start. Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, was letztes Mal passiert, letztes Mal haben wir... Letztes Mal haben wir, ähm, sind wir in die Stadt gegangen, haben Ginger gesucht, haben die gefunden und dann sind wir hier runtergegangen in den Underground von der Stadt. Und jetzt stehen wir hier vor so einem dicken Keulen-Typen. This creature is too well defended for a straight forward assault. Okay. We'll see about that. Ah, okay. It is practically in Bonnet, unless you stun it with a parry, like so. He went... Dust, would you like a refresher on parrying? Ja, erzähl mal noch mal. Attack and hold X at the moment of the enemy strike, and you will parry their move, opening them up for a counterattack. Almost X halten. Parrying is crucial, and you must be facing your opponent. A successful parry may daze your opponent and will fully restore your energy meter. You will be unable to harm certain enemies unless they are dazed. Just first, this exercise patience and observe your opponent's pattern and you will emerge... Oeah, we've taken use of these enemies again. Okay. Gut, 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 dann passieren wir das hier erstmal alles schön Wir töten alles Hier, komm, ich will noch einen von diesen scheiß Typen haben Oh, was ist das denn? Du bist ja geil Oh, yeah, hier ist irgendwo ne Schatzkiste Stirb, 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 stirb Oh, was ist das? Das war ne ganz schön große Ameise Jupp, Kiste auf, bitte Easy peasy, uh, Blueprint Blueprint, Futter, Stuff Alles dabei Sehr, sehr geile Typen hier Boom, boom, boom Erstmal speichern Und auf die Plattform komm ich nicht drauf Genau, weil die nun Splashart im Hintergrund, im hinteren Teil des Spiels ist Will dieses blaue, halbe, ohne Panzerhafte Schiggy wiederfinden? Nein, was war das denn für ne Scheiße, Mann? Geh jetzt im Maul jetzt Ach, ist das wieder behindert, ey Okay, alles cool Konzentration Jump Laufen, laufen, laufen Jump Laufen, laufen Unabhängig Okay Okay get wrecked assholes get wrecked easy peep aha uffmucken oder was du ameise ah was für eine beleidigung du ameise richtige beleidigung, was ich übel hey du halbe shiggy ist wirklich ein shiggy? ok die Augen passen nicht ganz aber fast der hat einen Pilz ausgekackt gehen wir jetzt hoch oder? na wir gehen hoch stimmt ist das jetzt der richtige oder der falsche weg? man ich liebe sowas ok jetzt bin ich hier alter fuck you guys fuck you waaah SPREICHER uuuuuh get wrecked motherfucker uuuuuh get wrecked motherfucker fuck yes levelausstieg bitches holy shit guys hier kommen die points zustande hp assholes wir brauchen hp oh oh yes shit is going down in this game easy peasying easy peasying easy peasying easy peasying holy shit ah ich hoffe wir laufen richtig oh die silencer das waren die silencer glaube ich ja ne? die haben fitted gesilenced das war schon ein schlag zu was war das denn für eine scheiße? easy peasying zwei hits alles down ähhhh ein schaf ein schwarzer schaf was für ein baumwolle wie kommen wir da hin? müssen wir da überhaupt hin? ich weiß nicht ach scheiß auf die aber auf jeden fall ein schaf wl ak ein kkkk kkkk kombo-braker speicher boah da ist das schiggy Nein! Get over here, son. Der kackt dann dauernd Futter aus. Blasentriebe. Blasentriebe. Boah, die hat irgendwas dazu gesagt. Ich habe aber wieder nicht zugehört. Ist das gut? Ah, das ist gut, okay. Rot ist böse, blau ist gut, glaube ich. Okay. Der Blasentrieb ist manchmal... Wow, shit. Oh, shit. Boah, ich dachte, ich sterbe jetzt übel. Okay, okay. Okay. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wir speichern wieder. Einfach so. Weil wir es können... Pilze... Blasen... Schiggis... Na klar, wir laufen einfach mal durch. Das geht ab, Großer. Genau, hau die erst mal gegen den Kopf. Look, he's in trouble! Ah! Link! Picking on little ones, huh? Keep wary of the Bubblesprout's dust. With his... So, ich habe mich aufgepasst! Das sind zwei. Yes! Da-da-da! Da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da! And there he goes again. You're a welcome, kid. Come now, Dost. He's obviously... Isn't it, Yon in Navajo! Schafe, Schafe! Schafe! willkommen in Schlammingen! Das... Die... Das Welt... Die Welt der Schafe! I didn't think those monsters were smart enough to build a fence. I'm certain they didn't. Ah, schade, ich dachte wir können die essen. How'd they jump my fence? Crap! She does see that I can fly. I'll be sure to tell her, Fidget. I'm sure that it'll clear the- Okay, let's see how it goes. Back! Back, you beast! I got the seer spoon and I ain't afraid to use it! You're damn right, Mama! We aren't here for trouble, ma'am. In fact, we just saved your son. Huh? What are they talking about? Um, well they have been following- What? How far out did you go? I made you save the spoon for you- Uh, I'm sorry, we just came down from the surface to- Do I look like some country bumpkin to you? Of course you're from the surface! I think we got off on the wrong foot here. My name is Dust and this is Fidget. Some creatures attacked a village above these caves and- Attack the surface village, you say? Well, if that don't beat off, we underground folk tend to keep to our se- I'm sorry to- Actually, what I'm saying is, we got enough problems of our own without you surface folk- Come on Dust, we're up- Wait! That's enough, Bopo! You are- Bopo? You are- Your chores before I take out the spoon again! That's damn right! Mama, I've seen them fight! They even got themselves a taco- Young man, I don't care if their sword spouts rainbows and bowls of delicious baked beans! I don't want their help! The mama's fucking great. Stop saying that! I was gonna die if we don't do something! YOU'RE DAMN RIGHT, IT'S GONNA DIE, BITCH! I WOULDN'T BE AT ALL SURPRISED, IT'S BEEN A COUPLE WEEKS SINCE THE WATER DRIED UP, BUT EVERY CREATURE HERE IS FEELING THE EFFECTS. MAMA? THE LADY? OH, SHE'S A SWEET OLD SOUL, LIVES DEEP IN THE CAVES, MAKES THE WATERS FLOW. SHE DOESN'T SHOW HERSELF ROUND HERE TOO OFTEN, AND WE CAN'T ACTUALLY GO- IN THAT CASE, I'LL GO SPEAK- YOU- THIS CAN'T ALL JUST BE A- WELL THEN, I HAD YOU FOLKS PEGGED ALL WRONG! If you wait to help my husband, I promise not to clock you with my wooden- Uhmmm... So, you're heading down- Well, do our best, bo-po. Just don't go running up- You got- Bostie so how, now? Okay. ok wassup asshole it's a pretty kitty cat are you fucking retarded what me it's a flying cat that kid is fucking retarded she's not a cat little girl and she's a i don't even i'm not a cat you dolt i'm a nimbat what is that what you're called a nimbat yes hello my name's fidget can i hold it i want just do something it's don't worry fidgets sorry smobob i'm sorry but as much as she might hey oh i want her she talk hey just look that must tell you what next time i go to the surface phew could i yeah yeah okay i'm a fan of the okay we're going to go up or down is the question to the old haaaah too many possibilities okay we can't do this 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 i don't know well hi there big fella am i here in the local gossip what the heck is a mongoose i can't do this quiet fidget and yes you've heard correctly is this well yeah but i don't think you're gonna fit through this here hole in the wall we had to close up the passage recently to keep those cr- anyway seems to me the only way you're getting through is by sliding i'd kick you through myself but you know i got i appreciate the thoughts but i'll find here boy take this red resonance jam it'll open up the basement and maybe you'll find a better way down there wait you're under hey big fella what do you say to me serving your fly your you see i use this here stick to do my hitting but i lost her in the basement and i'm honestly just too gal-durn laser like to go looking all right okay okay they gave us the stone and now we can go down there or what we can go down there we can go down there or something we can go down there or something i don't have time to go down there i don't have time to go down there and stuff make the shit off pisses how much time we have we have two minutes oh no no i don't know okay okay alrighty 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 no okay okay yeah okay Wir stoßen zum Erdkern vor. Ein Scharf! Warte, hast du einfach... Hast du einfach das Ding in dein Inventory gelegt? In meinem Inventory! Ja? In meinem MOTHERFUCKING Inventory-Fidget! Jetzt schau dich doch mal! Schau dich fucking Peehole! Fuck! 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 What the fuck is happening? Holy shit! Fuck all of you! Speichern! Hammer! Wir speichern! Wir speichern! Wir haben gespeichert! Vielen Dank fürs Zuschauen! Meine übergeilen Pelikane! Wir haben ein schwarzes Schaf gefunden! Und... Na, wir sind in dem Dorf angekommen! Das war cool! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Weil wir... ...den Stock für den Opa holen! Haut rein! Ihr seid übel geil! Ihr seid übel geil! Ja! Ja!